Hallo und hier sind wir bei Minecraft Let's Play, wo wir letztens stehen geblieben sind. Ich habe jetzt geguckt, dass ich diese FPS, oh klar, endlich mal loswerde. Und ich hoffe, dass ich es jetzt endlich geschafft haben sollte. Aber ich hoffe, es besteht nie, dass es wirklich so weit ist. Okay, wir könnten... Wir brauchen Holz. Ja, wir brauchen Holz. Aua, ich hab nichts verloren. Holz, Holz. So, Holz. Okay, dann müssen wir kurz hier hin und uns ein bisschen Holz holen. Ja, Holz, Holz, haufenweise Holz hier. Das reicht für ein Leben lang. Genau. Noch mehr Holz. Noch mehr. Oh yeah. Oh, die waren ganz kurz wieder da, habe ich gerade gemerkt. Ich hoffe, dass es nicht in so vielen Fällen vorkommt. Was? Eine Menge Holz kann ich gebrauchen. Hm 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 hm. Komm. Ah, du bist nicht gut. Dann eben nicht. Du auch nicht? Doch, du willst. Du auch. Du auch. Und du. Wir wollen alle. Genau. Okay, die waren wieder da. Ganz kurz wieder. Wie lange? Was heißt ganz kurz? Man hat's gemerkt. Okay. Ops. Ein bisschen hab weht wieder. Für unseren kleinen Hausbau. Äh, sagen wir. Für unseren... Ihr wisst schon. Kleinen Hausbau. Oh, hm hm. Wir machen Fortschritte. Ja, wenn das bald passiert. Und fertig. Das ist... Wir sagen, naja. Die Farm muss dann noch gemacht werden. Das wird auch nochmal eine Menge Arbeit. Und wir brauchen noch Glas. Hm. Wird alles noch ziemlich viel Arbeit. Aber das schaffen wir schon zusammen. Das schaffen wir immer zusammen. Oh Gott, ich bin ja gerade extremst müde. Keine Ahnung warum. Das ist nur weil hier gerade runter geht. Weil die Sonne runter geht. Das weiß ich genau. Komm. Aber ich hab nicht mehr diese FPS Ruggler so oft. Was? Jetzt hat... Jetzt hat... Alter. Jetzt wechselt es die ganze Zeit hin und her. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Beim Let's Play Minecraft. Ich musste einen kleinen Cut machen. Weil ich eben diese ganzen FPS Ruggler hintereinander hatte. Und hoffentlich sind die jetzt besser. Scheint mir aber eher nicht so. Oh Mann. Okay, dagegen werde ich noch dringend was unternehmen müssen. Dringend. Ich muss mal gucken, wie ich das erledigen werde. Aber ich hoffe, dass ich das schon schaffen werde. Ja, ruhig. 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 Von dir? Was denn? Was willst du, oder? Komm her. Komm her. Ja. Gott. Unglaublich mit dir. Aber ich bin jetzt extremst... Okay, ich glaub das... Ich sag immer so, das war's für diesen Part. Ich bin extremst müde. Warte, das geht gar nicht mehr. Wie viel ist es denn? Zehn Uhr. Okay, das geht gar nicht mehr. Ich muss pennen. Ciao. Hallo zusammen. Und ich mach hier nochmal ein Part Minecraft. Weil der gestern ist ziemlich kurz geworden. Und damit die drei Schnarchs zusammen, die gekappelt wurden oder gestockt wurden. Ja. Dann machen wir hier mal weiter. Ja. Ja. Wir brauchen ein bisschen... Hm. Äh, genau. Wir brauchen ein bisschen Fackeln. Äh, Fackeln finden. Ja, wir finden Fackeln. Das ist ja sehr, 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 sehr toll. Ich hab auch gestern ein bisschen, sag ich mal, lustlos mich angehört. Weil ich war irgendwie extremst müde. Wirklich extremst müde. Auf einmal. Und... Da musste ich... Ja, dann... Den Part hier nehm ich am nächsten Tag auch. Ja, dann den hier. Der ist... Etwas später als die anderen zwei. Weil... Ich muss mich erst mal vorlegen. Ähm... Ja. Sind wir jetzt erst einmal hier? Wir machen hier so Fackeln hin. Damit die nicht unbedingt Zombies spawnen. Ja. So. 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 Sieht doch schon viel heller hier aus. Das hier kommt weg. Hier kommt dann... Hier kommt dann... Hier kommt dann... Hier oben kommt dann Glas drüber. Das hier wird eine richtig große Farbe. Das sag ich euch. So. Hm. Hier weiß ich noch gar nicht, wo ich hinbauen könnte. Das seh ich dann. Wir sagen, das hier mache ich aber erst einmal... Äh... Zu. Damit hier nirgends Zombies hinkommen können. Ja, sonst ziemlich ungünstig. So. Hier habe ich das hier, damit ich weiß, dass hier noch was ist. Ja, ist schon... Recht groß. Das hier mache ich mal weg. Das kann ich hier nicht gebrauchen. Ah, hier ist ja noch eine Lücke. Mach ich auch gleich weg. So. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen... Ähm... Ja, ein bisschen... Ach. Dein ist ein Zombie. Komm doch her, Alter. Ich werde... Ein bisschen, ein bisschen... Hier genau... Trick brauchen wir genau. Zwei... Nein, 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 nein. Ah, willst du mich verarschen? Den habe ich überhaupt nicht gemerkt. Naja. Jetzt habe ich ihn gemerkt. Bei einer sehr, sehr... Sehr... Harte Art. Aber naja. Ist ja natürlich viel Gruppengrößer, die hier passiert. Also hier... Muss ich erstmal wieder hier neu zu machen. So. Das hier mache ich auch zu. Und das hier noch. Und dann... Mach ich hier noch zu. Genau so das hier. Kommt auch zu. Damit wir hier gleich... anfangen können... Das zu machen. Komm. So. Ist hier sonst alles zu? Ja. Apropos. Wir könnten auch erst einmal ein bisschen... Sand farben. Das können wir ganz dringend gebrauchen. Weil wir haben keinen Sand mehr. Haben wir wieviel Schaufen? Haben wir denn eine? Die wird nicht ganz reichen. Machen wir schnell. Noch zwei. Ähm, ja. Und dann wär's das. Dürfte das erstmal reichen. Ups. Ja, ich hab vergessen. Hier hat gar keine Tür drin. Und hier ist das Lager. Ich weiß was ich mache. Komm her Tür. So. Hier. So. Na komm. Na komm. Jetzt brauche ich die Holztür. So. Hier hab ich ja eh so ähnlich wie den Tunnel da oben drüber. Mach ich so ne Leiter hier. Kann hier über den Tunnel immer hier so drüber. Oh, ich kann das Gefühl machen, dass ich von Zombies angefallen werde. Hochsicherheit. Wir nehmen uns noch ein bisschen Brot. Das können wir natürlich gut gebrauchen. So. Ein bisschen wieder einsamen. Das muss auch wieder sein. So. Hier auch wieder. Das ist auch fertig. Das ist auch fertig. Das hier ist nicht fertig. Ah, ich hab gedacht, ich springe. Entschuldigung. Ja. So. Äh. Das hier ist fertig. Ne. Das hier ist fertig. Das hier ist auch noch fertig. Das hier ist auch noch fertig. Und das wäre es. Na komm. Wie viele haben hier. Habe ich eigentlich gesagt? Ja, habe ich. Wie viele Brötchen da haben wir? Ach, ja, ist ein bisschen was. Genau, neun Brötchen. Ist ein bisschen was. So, komm. Jetzt müssen wir erst einmal anfangen, Sand zu bekommen. Hier unten ist extrem viel Sand. Ja, das stimmt schon. Aber bis man das abgebaut hat, weil man ja dann unter Wasser ist, das dauert ein bisschen. Deswegen versuche ich so viel Sand wie möglich, mal Stein abzugragen, wenn ich nicht unter Wasser bin. Ne, das dauert ziemlich lange sonst. Na komm, spring, spring hier drauf, spring. Geh doch. So. Das hier ist weg. Hier ist noch. Komm, komm, ich brauch ne Menge Glas. Ne ganze Menge Glas. Hier ist noch Sand. Hier ist auch noch Sand. Hier ist noch, hier ist eigentlich überall Sand. Nur das lässt sich hier nicht so leicht abbauen. Ich glaub, wer mal unter Wasser ist. Wir brauchen mindestens 3... 64er Sticks. Mindestens. Oh Gott. Damit das Dach hier fertig ist. Oh Gott. Oh 4, oh Gott, oh Gott. Aber das bekommen wir schon irgendwie... Oder äh... Oh nein. Irgendwie. Hier war ich bisher noch nie. Also, hier bin ich bisher noch nie lang gelaufen. Komm. Irgendwie sieht es bestimmt auch Sand oder so. Aber hier sind überall Pilze. Wir sagen so, Pilzbäume. Das ist ganz interessant. Ah. Sand. Wasser. Ähm. So. Das hier kommt auch weg. Das brauche ich ja alles. Sand ist gerade sehr wertvoll für mich. Oh, komm. So. Und weg damit. Geht doch. Aber Sand ist nicht wirklich viel hier. Das fängt mir auf. Oh, ich will darauf, dass meine Xbox noch an war und jetzt ist sie runtergefahren. Okay. Okay, okay. Hier hinten ist noch. Ja, das ist wenigstens etwas. Ich höre Zombies. Oder einen Zombie. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Höhle oder so. Bestimmt. Ach. Oder auch nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Geht doch. Weg mit dir. Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht. So. Das hier kommt auch weg. Ah. Wasser. Wasser überall Wasser. Nein, Spaß. Ähm. Weg damit. Eines Sand. Oh, die sind irgendwo hier. Über Wasser. Die sitzen. Äh. Irgendwo hier sind wir anscheinend. Ich habe nicht einen Brenner. 64, 64. Ja, wir haben es fast geschafft. Okay, da ist einer. Aber wir lassen uns von dem nicht irritieren oder stören oder sonstiges. Da ist ein Schwein. Wer hätte es gedacht. Okay. So. Weg damit weg. Und dann machen wir. Müssen wir auch mal langsam für diesen Part Schluss machen. Da ich da ja noch zwei andere Parts zusammenschneiden werde. Wird das um die. Zirka zwölf Minuten. Na geht. Zirka. Ich bin ja grad nützig. Dann sag ich mal. Tschau.